Gutes Kolostrummanagement reicht häufig nicht aus, um Kälber vor Erreger bedingten Frühdurchfall zu schützen. In den ersten Lebenswochen wird der Durchfall fast immer von Kryptosporidien oder Rotar- und Coronaviren ausgelöst. Die Folgen können Leistungs- und Wachstumsdepressionen oder auch der Tod des Tieres sein. Für den Landwirt ist Kälberdurchfall immer mit Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Daher muss das Ziel sein, die Darmgesundheit und das Immunsystem seiner Kälber bestmöglich zu unterstützen. An dieser Stelle setzt Josera mit dem neuen Premium Vollmilchergänzer GastroVit für Kälber an. Er dient dem Ansäuren der Vollmilchtränke und wertet sie mit Vitaminen, Spurenelementen und weiteren stärkenden Komponenten auf. Die ausgewählten Rohstoffe in GastroVit zielen darauf ab, die Entwicklung der Darmflora und des Immunsystems der Kälber bestmöglich zu unterstützen, um sie vor Erregern zu schützen. Wichtig für eine funktionsfähige Immunabwehr ist eine bedarfsdeckende Versorgung mit Vitaminen und Spurenelementen. In der Vollmilch sind diese häufig nicht ausreichend vorhanden. GastroVit gleicht dieses Defizit aus. Eine Kombination von Säuren senkt außerdem den pH-Wert sowohl in der Vollmilch als auch direkt im Labmagen des Kalbes. Dies hemmt das Wachstum von Bakterien und führt gleichzeitig zu einer schnelleren Labgerinnung und somit zu einer verbesserten Verwertung des Milcheinweißes. Eine besondere Komponente in GastroVit ist Knoblauch. In Studien wurde beobachtet, dass Knoblauch einen vielversprechenden Einfluss auf die Reduktion von Kryptosporidien hat. Zur Rezeptur von GastroVit gehören außerdem Milchsäurebakterien, die als Probiotika wirken und unerwünschte Mikroorganismen im Magen-Darm-Trakt verdrängen. Gleichzeitig dienen natürliche Präbiotika aus Wegwart, Zuckerrübe und Bierhefe den guten Darmbakterien als Nährstoff. Komponenten wie Beta-Carotin kräftigen die Immunabwehr, während spezifische Antikörper aus dem Volleilpulver gezielt Erreger binden können. Kurz, GastroVit hemmt das Bakterienwachstum in der Tränke, unterstützt eine stabile Darmflora, stärkt die Darmschleimhaut, reduziert das Durchfallrisiko und verbessert die Proteinverdaulichkeit. Wir empfehlen den Einsatz von GastroVit mit 15 Gramm pro Liter Vollmilch. Am Ende stehen rundum gesunde und widerstandsfähige Kälber als Basis für leistungsfähige Milchkühe.